So geht das! Surfen! Das ist ja nicht schlecht das Ding! Oh da oben ist wer! Upschuldigung! Geh hoch! Meist der Team noch nie weg! Okay hoch! Ach man! Joa sputz hier mit dem Wasser rum! Renn jetzt drüber! Moment! Wett voll! Warte warte warte! Warte richtig gesehen! Tatsache! Er lehnt dann an die Wand an! Nein an dem Wasser! Man kann's halt jetzt da rüber laufen einfach! Ja anlegen! Nicht drauflegen! Alter! Ja! Das ist wieder so rüber! Weiter nach links! So ist dann die Spitze nur das Wasser berührt! Genau so! So ist gut! Oder auch nicht! Ja! 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 Warte! Ich hab' noch ne Dingens übrig hier! Ähm! Moment! Kannst du doch rumspringen? Ja du konntest einfach dahinten, ja ok. Guck mal ob wir den Level abhaben. 3 Punkte? Ich finde der Mage müsste ja immer wieder so... So 4 Planken wären bestimmt so, oder? Ja gut hier haste, ich mach hier 4 Planken, aber brauchen wir noch ein Level ab für. Dafür drehe ich hier so lang ein bisschen am Rad. Ne, wir brauchen dafür noch ein Level ab. Ich kriege was am Rad. Ich schieße das mal da umgegen. Muss ja alles kaputt. Richtig. Wollt denn? Ich kann hier sogar helfen. Dreh mich doch mal hoch. Na klar, dann halt das einfach nicht in der Mitte fest. Kann ich nicht halten, wenn du drauf stehst. Ja. Warte ich warte bis der nochmal runter geht, dann hoch. Ok, ich bin oben. Kann ich auch noch oben? Ich könnte es... Bestimmt nicht, ne? Doch, warum? Hier geht's weiter. Ja. Gut, das ist ein Rad. Wir suchen mal, was dahinter ist. Oh, das war auch ein Lips. Na, schaut. Oh Gott. Ach, Entschuldigung. Ja. Kann da nicht drauf springen? Ne. Ach, das ist scheiße. Ich bin hier oben. Ich darf nicht mal hier oben. Oh, ist ein Blumen kaputt gegangen. Oh, oh. Du bist hier oben. Alter, ich will euch nicht denken. Vielleicht bin ich sicher. Ach, das ist der dritte immer noch mal direkt erstellt. Kommt da so ein Vieh angeh... Oh na, toll. Da fahr ich doch jetzt oben. Hey, du schraubt hinter der Musik. Ja, toll. Machst du schon mal, ne? Ja, okay. Ich teleportier mich mal hoch. Ähm, kann ich nicht. Ich kann da über ne Kiste runterschüpfchen, die explodiert. Ach, hab ich nicht ganz geschafft. Ist er wieder sichtbar? Ähm, nein. Ja. Okay. Lass mich wieder hoch. Nein, ich mein hier hoch. Ach so. Okay, und, warte. Andere Seite. Hier hinten auch noch. Darüber. Oh, da oben ist noch mehr, damit ich auch mit hochkomme. Da geht's mal. Ja, fast. Muss ich Auto? Ja, wo denn? Hau dir doch mal was vernünftiges. Ja, ich möchte dich auch noch runter. Moment. Ah, du kannst vier Sachen bauen. Ach so. Wow. Ich hab's gefunden. Ich bin irgendwie ganz hoch gesprungen. Okay. Also muss ich ja nicht mehr hoch? Ne, ich bin in dem Spawn von der Platte gewesen. Deswegen bin ich weggeflogen. Ja, das hat so geblatt. Der andere? Ja. Das wäre schön, wenn die Murk um würde. Ah. Bleibt die jetzt um? Wie du? Ja, geh. Ich halte doch. Erst wenn ich so da drauf schieße, dann halte ich den hinten. Was? Was? Hier kommt man nicht hoch im Moment. Ja, du ja von da oben musstest. Ja, oder so. Ja, schuldigung. Ja, mach der nächste. Okay. Ja, der war früher noch da, du hast dich nur umgebracht. Ich weiß. Hä, wie springt der denn? Geh mal vor. Deine Schulter hat sich nicht springt. Achso, das stimmt, das springt ich nicht. Ja. Das hält doch in der hält doch nicht. Ja, ein bisschen. Den Rest schaffst du alleine? Komm weg. Wenn du so hoch springen kannst. Hm. Ja, der hält ja ein bisschen. Nein. Der war eh schon wieder unten, ne? Ja, genau. Vier mal weiter. Helft mir mal. Was? Okay. Die Kamera ist hier so doof, ich seh nix. Ich kann den hier oben halten, wenn du willst. Den kann ich nicht machen. Ach, hör doch auch. Ja, hör doch, schieß doch drüber. Hält den ja oben hier. Geh mal weiter. Ich habe auch keine Charaktere mehr. Ja, gut. Ja, gut. Ich habe auch keine Charaktere mehr. Ich werde viel spawnen machen. Kommt mir nicht dran, wer soll denn das? Warte. Da oben an dem Ding. Ich bin ganz genau nicht dran. Warum auch noch? Entschuldigung. Ich will da oben dran. Okay, Herr Wein. Okay. Ist ja noch mehr? Ja, einer noch da. Bist du doch so im Wasser. Ja, so, du kannst. Okay. Kann man irgendwo nicht rein. Lass mir hier Wasser entfließen. Hier. Da kleint er auch. Können wir da nicht da in die Ecke gehen? So? Nein, nicht da hin. Moment. Ich weiß, ich glaube, das ist gut. Ja, noch ein bisschen mehr. Das reicht nicht, oder? Okay. Ich will gerade mit dem Schild noch weitermachen. Ein bisschen harrissig gemacht. Mach auf Schild hier. Gerade kam es ja schon weiter.